Guten Tag und herzlich willkommen hier bei Waren Censel Kanal und heute koche für dich und zwar etwas Usbekisches. Es geht um ein Gericht, das auch heißt Lagman und das werde ich nach und nach dir zeigen, wie das funktioniert und es schmeckt nicht nur gut, sondern es ist auch ziemlich diätisches Essen, also wo man auch nicht zu viele Kalorien rein nimmt, trotzdem macht es richtig satt. Sei gespannt und alles was du hier siehst, brauchst du für dieses Gericht und zwar, ich habe schon alles vorgeschnitten, also ich habe euch jetzt erspart das ganze schneiden vor der Kamera und zwar hier sind drei Kartoffeln, die werden gewürfelt, das war so in kleine Stücke. Wenn man Fleischesser isst, dann ungefähr 800 Gramm Fleisch, also ich habe jetzt mich für Pute entschieden. Hier habe ich zwei Karotten geschnitten per Hand plus drei kleine Zwiebeln. Hier ist komplett gemischtes Gemüse, so was man auch fertig kaufen kann, also hier ist Paprika zum Beispiel auch dabei, ein bisschen Karotten noch, Lauch und so weiter, also kann man auch selber schneiden. Nudeln 500 Gramm, also am besten frisch aus dem Regal. Gewürze, da kommt alles mögliche da rein, also ich nehme mittelasiatische Gewürze, also mittelasiatisch heißt, da ist Paprika dabei, da ist Pfeffer, da ist Salz, etwas Kurkuma, Champignons kann man auch weglassen, also von dem normalen Gericht wird Champignons gar nicht verwendet, also ich mache es aber mit Champignons, das sind ungefähr 200 Gramm geschnitten und frische Kräuter. Vorzuge Koriander und Petersilie, also ganz bunt, das kann man auch dazugeben und nicht zu vergessen auch zwei bis drei zähe Knoblauch, klein gehackt, aber jetzt nicht zu klein und das ganze kommt in mein Gericht. Also schaut mal hin, das ist das, was ihr an Zutaten braucht. So noch brauchen wirst, ist ein Topf, also im Grunde genommen ist beschichteter Topf, also damit du nie so viel Öl verbrauchst und anstatt nämlich was Pflanzlinder Topf geben, damit es nicht zu viel Fett reinkommt, das reicht komplett für ganze Gemüse und für das Fleisch. Als erstes schmeiße ich jetzt gleich die Karotten hinein zum Braten, danach kommen die Zwiebeln. Die Karotten sind per Hand geschnitten, also so in kleine Stücke, damit bleiben sie auch erhalten, also ganz und schmecken natürlich auch besser und etwas knackig. Also mein Pflanzenfett ist soweit, jetzt muss ich Abzug einschalten, damit es auch nicht zu viel riecht in der Küche, die Karotten hinein. Schön mischen, immer wieder mal umdrehen, also sie müssen tatsächlich jetzt angebraten werden. Wir warten einfach mal ein paar Sekunden. Aber vor, wenn du mit der Pute kochst, am besten wäre es natürlich, die Pute jetzt nicht vorzubraten, sondern zum Schluss reinzugeben, da hast du ganz weiches Fleisch und wenn du mit anderen Fleischsorten kochst, dann sollte jetzt das Fleisch hineinkommen. Dann können auch schon die Zwiebel hineingeschmissen werden. So, alles schön vermischen und weiterbraten. Also wirklich anbraten, bis die goldene Farbe kommt. Sieht jetzt schon lecker aus, wobei noch nicht viel drin ist. Übrigens die Portion, die ich euch jetzt vorstelle, reicht ruhig für fünf bis sechs Personen. So, das ist jetzt schon angebraten. Man sieht auch goldene Farbe, die Zwiebeln und die Karotten. Jetzt kommt restliches Gemüse noch dazu. Also jetzt ist das Gemüse fast fertig. Eigentlich ist es wie Hochgemüse, wenn man es genau hinguckt. Alles schon schön angebraten. Also Abzug habe ich jetzt ausgemacht, sonst ist es zu laut. Also alles noch knackig. Und jetzt kommt auf jeden Fall noch das nächste Zutat dazu. Also ich gebe jetzt Fleisch. Also ich gebe jetzt Fleisch hinein, wenn ich es auch bei Fleisch. Und jetzt nur noch kurz antraten, bevor das Wasser wieder kommt. Also ich gebe jetzt noch kurz antraten. Also ich gebe jetzt noch kurz antraten. So, ich gebe jetzt hier weiter. So, ich gebe jetzt vier mal. So, ich gebe das mal. So, ich gebe jetzt noch mal. Und den Abschluss wieder einschalten. Wir haben jetzt mit den Champignons das Spiel. Ohne Wasser noch. Wir werden noch kurz noch weiter antragen. Und nun kommt das Wasser dazu. Und zwar so eine Schüssel, so um die halbe Mitte erstmal. Das musst du ein bisschen abwarten, so bis es auch anköchelt. Und dann kommt die zweite gleiche Schüssel noch dazu. So, es fängt an so ein bisschen zu köcheln, so lass es ruhig 20 Minuten köcheln. Und danach kommen die Nudeln dazu und natürlich auch unser Knoblauch. Kurz abschmecken, also wie es überhaupt ist. Schauen wir mal, ob Salz genug ist. Lecker, lecker. Dann haben wir noch übrig und zwar jetzt kommen die Kartoffeln noch dazu. Letztendlich kommen die Nudeln und Knoblauch, damit der Knoblauch auch noch seinen Geschmack natürlich erhalten kann. Und letztendlich kommt Koriander. Jetzt ist es soweit, dass wir auch die Kartoffeln schon reingeben können. Für weiteren ungefähr 15 Minuten sind ja klein gewürfelt. Und die dürfen jetzt schön kochen. Danach kommen nämlich noch die Nudeln dazu. Also, wir lassen es einfach mal jetzt weiter ziehen. So, mein Lieber, wenn du dein Essen etwas richtig basischer gestalten möchtest, was auch im asiatischen Raum gemacht wird, gib einfach mal ein bisschen, ich sage gleich was das ist, noch was dazu. Und zwar Mandelmehl. Mandelmehl aus Mandelnüssen. So, jetzt köchelt sich von sich hin alles. Ihr seht ja, Kartoffeln und so weiter ist alles schon dabei. Das sieht jetzt schon lecker aus. Die Karotten. So, und jetzt wird die Zeit einfach mal die restlichen Zutaten dazu zu geben. Ein Knoblauch. Gut vermischen. So, und letztendlich kommen jetzt auch die Nudeln dazu. Die sind ja schon vorgekocht, also zwei Minuten werden reichen, dann ist das Gericht fertig. Man kann auch ein bisschen Wasser dazugeben, wenn man mag. Wie eine Suppe, weil Lackmann ist ja nicht eine Suppe. Sonst kann man das so aufhören lassen. Ja, nun ein wenig Koriander dazugeben mit Petersilie gehabt. Ein bisschen zu verkochen, der Rest kommt eigentlich danach, wenn das Ganze schon serviert wird. Fertig. Nun alles durchmischen. Die Suppe ist fertig mit Nudeln und Kartoffeln. Das ist ja ganz was Spezielles. Aber schmeckt richtig gut. Das ist ja auch keine Suppe, sondern eher ein Nudelgericht. So weit. Lasst euch schmecken. Ciao, ciao. Euer Vadim. So sieht das fertige Gericht auch aus. Ganz lecker. Lasst es schmecken. Ciao. Dein Vadim. Basoren. いつ Wie 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 diese Seit